und darin sitzt etwas ist das entnervt gestresst auf der kiste rum bis er merkt dass auf der kiste sitzt und dann panisch runterhüpft erstmal können wir jetzt gehen ja war das wirklich nötig den zu töten wir hätten ja gefangen nehmen können befragen können entschuldigung ich habe nicht gesehen dass du von rechts kamst der schlag war schon durch leonidas hast du ihn gekriegt ich bleib hier hinten also sorry ich dachte ich muss zurück auch eben zu ende ich wollte eigentlich er zeigen dass ich mich jetzt an den haus an das haus ranter setzte meine weinflasche nehmen und die trinke ronga kommen wir holen uns noch den letzten ist in diese richtung davon gelaufen soll ich mitkommen nein bleib durch hier beruhig ich erst gut gut er dann er dann fall im hals ich glaube nicht dass er weit kommt ja aber wir wollen sicher gehen verfolgt ihr nicht so weit unsere mission ist das natürlich die tour natürlich lasst ihn nach dem breiten leben wenn er es schafft ich schnappe mir noch meine keeper und dann laufe ich los ich würde ich würde ich würde jetzt auch noch mal alles zusammenreißen und seiner blutspur folgen und da sie ihm geht noch geht noch kurz zu also adu und rontyp ins ohr keine zeugen ich nicke ja also du kannst dir die spur besehen wo da wo irgendwo schon das ist noch wie leonidas hinter der lagerhalle sitzt kannst ihm dann die hand reichen zum aufstehen und gemeinsam könnt ihr die blutspur in richtung eines kleinen bächleins finden der bach selber fließt dann nach sehr kurzer zeit über eine brücke direkt in die dergel also er ist die spur ist weg und er ist vermutlich in die dergel oder so wahrscheinlich ja die dergel überlebt niemand immer wieder ja gut hab hier ändert die spur ja nützt uns nichts naja wurde in die dergel getrieben bis zum da sonst gefährlich sein kennt ihr die geschichte vom torwaller mit dem boot die die er über schreiten wollte solch eine geschichte ist mir bekannt muss ich euch mal bei gelegenheit erzählen aber gerne doch sehr schön dass ihr mich verteidigt habt und vor allem die das desiderat wie geht es jetzt weiter ich will die fähre nicht nehmen können wir nicht woanders hingehen die fähre ist direkt hier und was ist wenn die kette nicht geht dann sind wir in der mitte nicht gehen und dann bist du doch immer noch der krass der der tolle elfte über wasser laufen kann oder aber ihr müsst doch auch mitkommen und ihr wollt es nicht gibt es eine andere möglichkeit die kettenfähre ist hier direkt die ist da unten am fluss jetzt lassen zeit gott die kettenfähre noch mal nehmen hört auf rum zu jammern das kann er sich mit anhören ich glaube der überfall ist bereits geschehen wenn jemand auf uns wartet dann waren die das naja gut aber dann los wenn es sein muss das begraben der reichen müssen wir wohl den dort bewohnern überlassen in der tat ich durchsuche die mal eben noch ein bisschen nach geld ja du wirst ein wie 20 silber müssen bei ihnen finden jetzt dann soll ich mal was für eine waffe hatte der der kopf der alarm intermesser und das habe ich wollte gerade sagen ich will mein kurzschwert wegschmeißen und mit das ente besser nehmen wir das ja angefangen zu rosten hast du gesagt ja durch seine haute oder so richtig das ente messer schnappen steckt mir das ente messer von allen auch ein drüber und schilder können wir sonst auch noch mitnehmen wenn ihr wollt dass das mit dem korridierenden blut das habe ich ja bei dem weg gelaufenen kollegen nicht gesehen hatte jemand anders von denen nicht näher betrachtet er hatte das auch also du kannst dir die leichen du kannst die leichen betrachten von den piraten und die sind normal also du kannst keine keine pack zeichen oder sowas an ihnen erkennen der skybor quallenfresser war tatsächlich wohl vielleicht der anführer zumindest war er packtiere das kannst du an der farbe des blutes erkennen und also die leute sind ja alle abgehauen und die sehen uns nicht die war noch sind weggelaufen die hatten angst vor ronka ja kasim ruft einmal laut verbrennt diese leichen gehen konnte man sehen was für ein paktierer das war gut blut ja dann spezialisierung karlis götter kriegs götter ne frage kann ich da irgendwie plus drauf haben würde ich für das auch gerne würfeln weil ich ja direkt vor ihm stand du kannst es würfeln ich muss von magik und ableiten in dem fall wird es mir das mit einer plus 10 erlaubt du bist hier nicht ganz sicher ob karubte rot und ranger das gleiche ist aber piraten in der dergel er wird sicherlich einer von beiden gottheiten angehören ich zitiere einen guten freund spucke einmal neben die leiche nicht auf die leiche dass wir in bohren friefe unser geranger gezücht was was hier erbarmungsloser säuferin große seeschlange das da was soll ich hatte ronga gezücht verstanden nein ranger ranger gezücht steht da mit der kaputten rüstung ist gerade dabei seine einzelnen kettenteile vom boden zu sammeln überall zu gucken und immer verzweifelt auf die diese rüstung zu schauen kassim kommt auf ranger zu hebt einfach seine tasche auf so nach dem motto einfach alles reinkippen wenn wir jetzt gehen ich habe noch ein paar rüstungsteile zusammen die ranger zu zeit passen könnte er kann gerne mit seiner rüstung hier bleiben ich gehe mit dir dann wobei wenn der elf losgeht dann gehe ich mit ich brille noch zu den dorfbewohnern entschuldigt für die schweinerei und folgt an ihr solltet dringend mehr trainieren wohin geht ihr zur fähre so lenkt ihr gemeinsam mit dem guten kutschmann herr bohran füll der eine legende ist wird sich weiterhin beschweren über die über die preise hatte noch kurz geguckt ob die torwale rufeisen bei sich hatten haben sie wohl aber nicht und so wird er sich mit überschwänglichem dank euch anschließen und ihr könnt in richtung des fährstiegs gehen hier ist tatsächlich eine neue kettenfähre angelegt die mit einem fährmann hier aufwartet der sich tief im inneren versteckt aber wenn ihr anklopft und nach ungefähr eine minute immer noch gegen die tür hat darauf machen er vor zum gruß zum grüßen seit seit ihr die die helden er fragt ob die helden von von binzböcke aber die helden von binzböcke sind nein nein wenn darin könnte ich ja nicht übersetzen gesagt über dem fluss setzen mit der fähre ich habe mich gerade schon gewundert der mann spricht doch dieselbe sprache wie hier aber guter gedankt bitte sie legt sich einmal den stadt gegen die stirn hier hat karren über der geht los schnell kommt rein kommt rein mit dem mit dem wagen ist aus und da da können wir dann in aller hohe übersetzen dann zieht euch rüber los ja so könnt ihr die kutsche sorgsam gemeinsam mit rand für rüber bringen und der fährmann wird dann anfangen die kette zu ziehen und zu ziehen und zu ziehen über angst sagen und legendenprobe sagen und legenden erschwert um sieben weil ich elf bin ja gelungen jetzt gedacht wenn es um den grauen mann geht darf ich auch magie kunde mit spezialisierung elementarismus würfel ja dann darfst du aber ableitung kann ich auf meinen body ball tags ausweichen dass das ist sagen dass wir eine ableitung plus zehn oder ja ableitung bloß sehen und dann und dann trage ich nur acht ein weil ich spezialisierung nicht eingetragen ja alles klar ich komme ja aus der gegend kenne ich die geschichten vom grauen man natürlich der graue mann ist der wächter der jede flussüberquerung verhindert beziehungsweise brückenbau nicht erlaubt es gibt nur einzelne wenige städte die einen pakt mit dem grauen mann geschlossen haben der werheim gehörte nie dazu aber rancara leritene hat wohl eine dieser blasphemischen pakte mit dem grauen mann geschlossen mit dem paktern der im ochsen wasser tot und begraben liegt gerade durch die schlacht der drei kaiser hat sich dieses gerücht auch noch bestätigt als ein riese aus dem ochs wasser aufstand dann würde ich aber der fluss ist viel zu ruhig das ist nicht derge ich würde trotz alledem während des fluss während der flussüberfahrt beten zum zu effort und insbesondere seinem alverania wie ich glaube dem grauen mann und den torwalschen rundschild den ich jetzt erbeutet habe opfern wir haben einfach einen fluss gleich opfergabe und während ihr hinüber zieht gemeinsam vielleicht etwas helft damit es schneller geht einige worte die da der fährmann mit dem kutscher spricht irgendwelche preise von es interessiert euch einfach nicht könnt ihr sehen wie der himmel sich weiter schwarz zuzieht das ist nicht nur nebel mittlerweile fehlt jedes licht es wird komplett verschluckt und dann könnt ihr sehen wie sich die dergel unter euch schwarz werbt nach hause normal ist das nicht oder wir müssen so sofort darüber das kann ich das phänomen also es kann nicht der graue mann sein ach so quatsch gibt es doch gar nicht da sind kannst du uns irgendwie schützen k7 würde gerne mal gucken und mit einer profanen magie kunde ist das karyptid und wenn ja wie viel möchtest magie kunde probe würfeln oder ein oder drei oder nein kein oder im stopp nur magie kunde der nebel hat mir schon angst gemacht ja die namenlosen tage sind nicht lang her irgendetwas hat sich verändert in den sphären die dergel ist so zu glatt zu flach das wasser ist zu schwarz der himmel ist zu schwarz die unbarmherziger säuferin ist direkt hier unter eurem fluss ihr könnt sehen wie kassim jetzt einen ernsten blick aufsetzt und tatsächlich für einen kurzen moment dieses dieses diesen eher kühlen eiskalten brechen den blick den er sonst drauf hat fallen lässt und wirklich veräxtigt aussieht sich dann zusammen nimmt und das untere ende seines stabes so in die wasseroberfläche legt und dann eine lang wie eine lange urtolemidische formel anstimmt ich benutze eine metamorpho gletscher form in der variante wasser zu eis und möchte einen eispanzer um das gesamte boot legen denn die alte hat mit eis nichts zu schaffen ich bin kurz davor diesem boot zu springen könntest du über den eispanzer laufen der sich gerade unter euch bildet ne 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 ich bin da ich bin da kosteneffizient ich muss den pro kubikmeter bezahlen ich will ich will nur dass das unwasser nicht direkt mit dem boot in kontakt kommt sondern erstmal mit dem elementaren eis das ich jetzt schaffe als dass das eis als puffer benutzt wo bekommt gleich muss kurz gucken du hörst einen vierstimmigen gesang der direkt von unter euch kommt und du kannst so etwas wie ein seelentier hören ein gewaltiger krake der unter euch sitzt mit 13 tentakeln okay ich bin die nerven aller schwinge der schwinge ja welches hier mal sind hier der folge der folge doch den delphin oder so wenn du ihn hoch genug was kannst du deine kleidung mitnehmen erst wenn ich angemacht also man sprechen zu sein und ausrüstung alle sieg noch da und er lässt sich auf der anderen seite einen baum wieder so viel so viel nicht immer die loyalität aber neugierter darauf bringen können solange es vom fluss runter ist wenn darin und feiger elf kommt gefälligst wieder her der folge kriegte entgegen kasim du haust ein stab in das wasser bildet sich ein kleiner eiskristall der versucht so ein bisschen an der wirtszelle zu wachsen und sich dann langsam ausbreitet da könnt ihr erkennen wie unter euch in der schwärze es ist zwar immer noch tag aber die sonne ist verdunkelt eine gestalt nach oben tritt in weiten grünlich-bläuen gewändern die die ihn verhüllen ihr könnt nicht wirklich die die weißen körper ausmachen die sich darunter befindet nur hände und kinnen mag man erkennen aber sein haar ist wohl ausgefallen es gibt schimmrig blaue lidlose glotzende augen die haus weich und aufgetrunsen ständig ein klebrig sekret was sie bedeckt und schimmernde adern die erkennen könnt die gestalt hat sie ist einfach so sehr furchtbar sie ist furchtbarer als alles was sie bisher blickt habt ihr könnt noch einen langgezogenen schrei von dem elfischen tier hören was zur flucht ansetzt mutprobe plus sechs auch für den fliehenden weil ich flieh ja sowieso ist sowieso schon eine frage wie weit sind wir vom ufer weg wie weit sind wir vom ufer weg 40 meter auch 40 meter wie der geles 80 bis 90 schritt breit möchte sagen ich habe es euch doch gesagt das ist genau das was wir alle haben kommen sehen werden kann ich nicht so entsprechen ronga springt das wasser springt das wasser was tust du du setzt sich auf deinen ich habe eine kippe die um mich die an mir dran ist und ich fliege einfach mit der davon was du warst du hast der hexer mit der kippe ja natürlich ja nur der trafik der sein schild nach oben reckt sein schwert kampfbereit ich probier mal stehen mir bei ich versuche ich nachschlippen es ist wirklich nachvollziehbar dass dort die die nerven verlieren wenn etwas im wasser ist dann ins wasser springen einfach nur weg das ding will auf euch zu für das protokoll ich klipp den mut ja wie würfe ich ein d3 ein w6 halbiert wird sein glück testen ja genau ja zwei halbiert ist also eine eins und bei einem w3 ist es nicht genau der war es zu sehen genau dein schicksalspunkt hat das du letztes mal verbrannt jetzt sprengst ins wasser das heißt ich renne oder schwimme ja trafikor du kannst sehen wie sich der kutscher neben dir verabschiedet der fährmann springt ins wasser allesamt fliegen sie ein elf der sich verwandelt der sich mit schwingen tragen lässt adro was auch immer er gerade tut erhebt sich in die luft wie auch immer das ganz söldner kann du stehst alleine bei den göttern neben dir kann sogar sieben noch überzeugen doch stehen zu bleiben wollte er einspringen aber du überzeugst los zieht stärker ich bin ja an dem seil ziehen wie ich nun kann um das boot da irgendwie rüber zu bringen ja kannst du gestalt noch einmal muss dann während du ziehst wir mal eine körperkraft probe reife ringe aus wasser die sich um die hände schließen um die beine und während er auf euch zuschwebt kannst du sehen wie seine arme länger werden das sind keine arme sind tentakel die hervor wuchern mit ihren mit ihren saugnäpfen betasten sie die kiste zieht weiter er will die kiste jetzt recht sich meine prinzipientreue ich mach die auf ich probiere was kommt jetzt könnt ihr die stimme von moda dem verfluchten zauberkönig hören wie er mit euch spricht nicht nur auf der profanen ebene sondern auch in eurem kopf die tentakel schließen sich um die kiste aus kosch basalt das zwergische kombinationsschloss die eferischen und preis gefährdigen schutzsymbole die glyphen die zeichen gegen magie die truhe knackt und bricht nein ja ich versuche irgendwie es aufzuhalten mich da mich dazwischen zu stellen ja du siehst wie der tentakel an die entlang wuchert beziehungsweise um die truhe sich schließt sie sind ziemlich lang du hast diese zauber vielleicht schon mal von irgendwelchen hexen oder druiden gesehen aber es waren es waren schlangen arme keine tentakel sie beißt sich jetzt selbst auf die lippe so dass es blutet man kann aus dem kurzen fluch laut hören weil das was auch immer er versucht hat offenbar nicht funktioniert dann setze ich zu einem normalen frikofaxius all in an ich habe alle würfel angesagt ich kann noch mal gucken ob er sowas wie ein geisterpanzer hat das wäre tatsächlich sehr interessant schauen wir mal in seine wer aber der geisterpanzer von dämonen erschwert nur die zauberprobe um seine beherrschung schwierig nicht außer wir um seine magie resistenz effekt keinen schaden hat er hat gedankenschutz er hat heiserne villa zwei als hüfte ging schadensauber nicht genau gas der panzer seine eigenschaft die alle den kunden haben es kann es kann denn auch besser das passt für mich nicht besser aber ja wie viele daraus wird daraus wird 19 19 asp habe aber ich wollte sicher gehen dass es auf jeden fall 19 tp werden du brennst ihnen deine eislanz entgegen und siehst wohl wirft man treffer zu wollen das ist jetzt tatsächlich spannend treffazone ist spannend der ist auf dem kampfbogen ne also in die brust möchte jemand den torso schippen ist das schlecht ja ich habe wenn das sinn macht ja ich empfehle ich empfehle den schicksalspunkt ja dann schüppig ich bin ja dabei ich setze meinen körper dafür ein dass der da nicht herankommt und biete einfach nur zu den göttern ich war durch den schicksalspunkt gewähre ich k7 eine magiekundeprobe eine seine schärfe sind schärfe ich hätte den engen skalern sagen müssen hätte ich mir jetzt aussuchen dürfen ja genug punkte hast auf alle für übrig der schicksalspunkt liegt im pool und kurz bevor du ihn auf die brust ansetzt fallen dir die ringe auf die aus wasser bestehen und unheilig leuchten dann ziehe ich auf den ring der an dem arm ist der nach der kiste greift du sprengst den tentakel weg die kiste ist verzerbrochen aber der ring aus wasser platzt von seinem körper er zieht den tentakel zurück korrupti das blut was daraus hervor sprüht sich so ein bisschen auf dem fluss verteilt damit zieht sich zurück in den fluss und dann nach einiger zeit während ihr dort zusammensinkt blut schießt ihr aus der nase bisschen gefroren wie ist da direkt an deiner oberlippe dann gefriert könnt ihr euch langsam wieder am fluss sammeln ronga hatte noch überlebt ob er überlegt ob er durch den fluss durch schwimmt aber nachdem diese kreatur verschwunden ist kannst du dich ungefähr in der mitte des flusses wieder umentschieden ebenso kann es leoni das machen ado und mendarion brauchen wohl noch zehn minuten länger bis sie dann irgendwo wieder landen können wenn darien fällt aus dem baum irgendwie irgendwann den zauber fallen lassen und daran denkt nicht an denken dass er ja kein falke mehr ist und dann aus dem baum fallen ich lande neben ihnen helfen hoch ist das weg ja was wenn wir gehen was war das die kiste saffen ich gehe mal zur kiste hin und schau da rein die kiste ist nicht leer aber das was er wohl gesucht hat war nicht drin stattdessen kannst du erkennen sicherlich große wertgegenstände würfel mal eine sagen und legendprobe goldgear ich bin doch noch gar nicht auf dem schiff oder bin ich nicht allein ja doch du ziehst dich jetzt nach und nach dran trafikor kann sich in der zeit ja dann sehe ich das doch auch also es sieht wertvoll aus natürlich trafikor du konntest es nachdem du dann einen nach dem anderen wieder an port gezogen hast du doch genug zeit das zu identifizieren vor allem du bist für noch kein geweihter noch nicht aber das könnte dir jetzt tür und tor öffnen drei hochhaltsche gefäße eine vergessene handschrift von niobara und einige geheim akten unterschrieben von d n über hh du guckst kurz hinein sind sicherlich von der kga versiegelt aber ja helme hafax wir sollten obwohl die tour offen ist sollten wir es erstmal sicher bergen vielleicht ich weiß nicht ob wir die tour mitnehmen sollten aber wir sollten sollten es irgendwo einstecken ein rucksack oder so sind alle wertvolle artefakte was ist das ja sicher passt sich darauf auf ich kann gerne für euch darauf auf das alles was ich habe mir die türen die tour nicht aber wieder zumachen ich glaube die ist ziemlich kaputt oder ja die ist komplett zerborsten also schwerer kostbar soll die truhe wird ja wie gesagt die muss sie zu viert anheben aber sie wurde geknackt als wäre es ja als wäre als wäre es bambus auf keinen fall anfassen und ich denke was immer dieses wesen war es war bestimmt verbündet mit den tor waren das heißt sie wissen sie wissen jetzt wahrscheinlich auch bescheid dass was sagt er jama aqua ja wenn ich schreibe es auf wir können das dem dem sinngeweiten sagen können wir gehen ja hier nimmt den sack ich drückt trafik und dann sagt ihr die sachen ich glaube ich kann nicht nichts ich opfere mich derjenige der am ersten irgendwelchen versuchungen von uns widersteht was ist denn da drin kassim richtet sich jetzt auf und stützt sich auf seinen starb auf er zittert immer noch schwer blutet aus dem mundwinkel wo sich offenbar auf die lippe gebissen hat mit ziemlicher kraft blutet aus der nase blut unter laufende augen was ist da drin was ist das ich hol den rucksack noch mal raus wo ich hier die sachen reingesteckt habe reich ihm erstmal einen heiltrank und dann er winkt ab nein nein meinem körper geht es gut das sieht nicht so aus hier das war in der tour kann ich erkennen was das ist ich würde kassim auch mal über die schulter schauen ich auch kann ich das erkennen also k7 du wirst sicherlich die vergessenen handschriften von niobara kennen von den rohalschen gefäßen hast aber keine ahnung das ist da tatsächlich so sachen die nicht unbedingt die trafik aber vor allem geweihte dann erkennen würden und du kannst auf alle fälle als kga agent der du ja noch einer bist die handschrift von dexter nemroth erkennen und die initialen dm sind sicherlich dir klar kann ich mit meiner kriegskunst auch darauf schließen also zumindest auf das text ja also wenn wenn k7 und die anderen dich das durchlesen lassen ist es relativ klar dass es selma fraxis der da hier irgendwelche schwachpunkte offenbart kassim wird das nicht lesen kassim sich die handschrift und seinen gesichtsausdruck also gesichts war bewirbt wird wechselt von ungesund bleich zu schnee papier weiß sieht die schriftstücke sind die vom alter her sind das urschriften die von niobara ja 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 uralter spandament dann starrt er darauf mindestens zehn sekunden lang schau zu bruder trawigor das muss zu einem hessende tempel auf jeden fall richtig richtig ja unsere faszinierende sollte immer noch die gleiche sein ja und dann zupft man da ich behalten am ärmel können wir gehen er hat sich immer noch nicht angezogen ja los ihr solltet ihr solltet euch verhüllen wenn wir hier weg sind das schickt sich nicht in den zwölf göttlichen landen hier nackt rumzurennen bei trawigor wo sind wir hier ich reiche immer manche rüber und hier damit trawigor nicht weiter man zieht man zieht trawigor der den rucksack hat direkt mit und ich folge ich folge auch sehr schnell acht tage später könnt ihr gar nicht erreichen ihr betretet die stadt von norden her könnt durch die dorin durchgehen ohne dass ihr von der stadtwache weiter aufgehalten werdet die einfache legitimation dass ihr aus auradet kommt reicht diesen wohl denn dies sind noch göttertreue menschen und ihr könnt den besitz beziehungsweise den ehemaligen inhalte der kostsposat kiste bei meister jützkok abgeben der euch im tempel erwartet was wollte auf der reise tun beziehungsweise wenn ihr dann im hessende tempel steht neben meister jützkok könnt euch weiter unterhalten meister jützkok ist ja so der höchste geweihte denn es hier so gibt oder ja ohne wenn du da bist du um der metropolit der mittellande wenn ich mich täuschen ja der boot des lichts ist für kassim irrelevant also ist er der höchste für ihn geweihte ja dann kassim fällt auf beide knie und verbeugt sich vor ihm na na nicht so förmlich stehe auf der auf bin sehr froh dass ihr es geschafft habt und die anderen schon hier die anderen wenn man hier und die anderen die sonnenmann menschen mit der mit der anderen kiste in der wohl dass das ja irgendwas ist kann sie weiß ja jetzt lasst uns lasst uns von vorne anfangen ich habe wohl den namen verstanden auch auf meine alten tag aber nein bandstrahler sind hier nicht aufgetaucht und sie haben sich nicht angekündigt wir wurden und wir wurden beauftragt von den bandstrahlern in der festung auch an nicht weit von hier eine kiste zu überbringen beziehungsweise den den inhalt dieser kiste unterwegs ist allerhand passiert so wurden wir von einem unwesen in dem fluss angegriffen und der hat uns den diesen namen genannt von der von der waffe die wir anscheinend transportieren sollten aber statt der waffe war nur und nur dies hier die waffe sagt mir etwas vor einigen jahren war sie nicht unter den sind geweihten aber vor allem unter den ferdis hoch im gespräch und einige helden um jalan greifen und konnten die klinge bergen die ala greifen und von dem habe ich gehört und von schnattermoor ja ich auch ich auch gehört man schnatter man man spricht nur in höchsten tönen von ihnen in rommeles nun er hat schon einige sachen erlebt auf seine tage doch er ging im auftrage los und war wohl mehr oder minder erfolgreich auch wenn sich das schwert auf der reise etwas verirrt hat letztendlich konnte es nach einem kleinen finale in ruhe hat in aurale gelagert werden und ich habe wohl gehört dass es einen angriff gab aber ich wusste nicht dass es abtransportiert werden soll weisheit habt ihr wohl einen zettel ich möchte euch etwas aufschreiben ich wage es nicht das auszusprechen nun gerne einen wachen namen sollte man nie nennen ja kassim schreibt moruda al auf dreht den zettel oben und schiebt ihn hin er hat uns angegriffen er wollte das schwert was ist dieses wesen das werden recherchen zeigen müssen dieser name ist mir nicht bekannt taucht nicht in den dingen die ich mit meinem meidetischen gelächtnis gelesen habe auf das scheint kassim wirklich sehr zu beunruhigen das können alle sehen dieser name ist neu die hochrangigen paktiere sollten uns eigentlich bekannt sein er ist nicht nur einfach mächtig er ich fürchte dass er mit einer form von macht über das unwasser gebietet die es ihm nicht nur die ihm ich schätze nicht nur freizaurerische macht darüber geben kann sondern die es ihm auch ermöglichte durch das ochsenwasser zu kommen ja außerdem konnte den grauen mann des karim kassim ihm nichts anhaben und selbst meine gebiete den grauen mann ignorieren das ist nicht möglich ich werde mit hagen von förenstieg reden wer ist der kommandent von aurallet ich werde fragen ob noch weitere bandstrahle auftauchen sollten ich glaube nicht ich weiß nicht genau ob ich euch ob ob es erfolgreich war was ihr tatet denn immerhin brachtet ihr den inhalt der kiste hier auch wenn es zerbrach aber nun ja anschriften von niobara eine geheimakte ich hoffe ihr habt sie nicht gelesen rohalsche gefäße das ist das ist sehr wichtig sehr wichtig gewahrte fakte ihr wart also erfolgreich wenn er rohalsche gefäße erwähnt dann entgleisen kassim wieder kurzen moment die gesichtszüge vielleicht mag die bandstrahler kirche euch denn diesen erfolg nicht geben aber ich schicke ihn euch und von wem bekommen wir unsere bezahlung wenn ich fragen darf hochmeister ihr was zu essen also nun werdet selbstverständlich etwas zu essen bekommen und wenn ihr wenn ihr schönes gold mögt dann werden wir euch sicherlich etwas aus dem temposchutz geben können wenn wir am wusel ziel strebe ich in richtung der küche von dann für ihn ist die sache erledigt was anderes anbieten exzellenz ich hätte noch eine frage nur zu ich ziehe mal den kleinen gesplitterten sangurit kristall den ich irgendwo aufgesagabelt habe aus meiner tasche und gereich ihm ihn wisst ihr was das ist ich glaube ich habe es bei der schlacht im loder an leuchten aufgesammelt und faktor an das leuchten zwei jahre ja und das ist blutstein sangurit er speichert astrale kräfte ist der gefährlich oder dergleichen der besitzt ist verboten junger man darf ich ihn euch überlassen ich glaube die herrsinnekirche hat damit besseres anzufangen als ich ja wir verfahren so etwas gerne auch wir haben eine eine kosch basaltkammer dann nehmt ihr es danke liegt ihnen liegt ihnen am besten hier habe ich brauche es nichts anzufassen okay jetzt lege ich ganz schnell habe wenn er angst davor dann habe ich jetzt mehr angst dass das ding werde ich schnell los also meister leoni das sagtet ihr ja was hattet ihr verhandelt mit den badstrahlern ich weiß noch von einem hohen honorar nun dann haben sie nicht gemacht und dann lasst mich euch 20 du karten geben ich glaube das ist für einen söldner doch angemessen gerne und vorschlagen gnaden das entschuldigt der herr hochmeister dass ihr den guten kutscher unseren guten kutscher sein gewicht in hufeisen auszahlt herr boran für ein alter freund von mir mache ich sehr gerne und verweisen da werde ich einmal mit dem helden schmied reden ich glaube nicht dass er selber das macht aber er hat viele viele lehrlinge die sich am hufeisen üben können ihr kennt den helden schmied torneisinger ich kenne eine ganze menge er wohnt im karat vielleicht könntet ihr ein gutes wort für mich einlegen ich brauche ein schwert langsam an ich merke dass mit der anzahl und stärke der gegner leider mein schwert lang so nicht mehr mithalten kann nun wenn das euer preis sein soll ein gutes wort beim helden spielt er nickt gehen wir ein bisschen zu a drüber ich zog mit den schultern ich habe absolut keine ahnung sagt macht dieser helden schmied auch rüstung rüstung nein so etwas mit so etwas gibt dass ich nicht ab er hat von den zykloten gelernt aber seine taute ist eine ganz gute plattnerin aber rongan in gare kriegt man alles ich gehe gerne mit euch ein wenig rum ich war schon lange nicht mehr schier ich würde mich das gerne anschließen denn ich brauche eine neue waffe da komme ich gerne mit nun genießt die hauptstadt schön dass ihr hier seid danke ihr habt ihr sind die kirche und vielleicht der preis geht einen großen gefallen getan auch wenn die kiste zerstört das aber korps basal das lässt sich neu fertigen auch wenn ich sehr besorgt bin ob die bahnstrahler angekommen sind also dann habe es segen mit euch und den von helsinde und den eurer götter travia ab dank wir sind damit durch sie verneigt sich noch mal auch wenn er protestiert das ist ihm dann egal und dreht sich auf dem absatz noch mal um und fragt ihn wisst ihr wo jalan sich aufhält wir kennen uns das ist bestimmt fünf jahre ich sprach vor kurzem mit dieser ruhen diese runde ist vor einigen wochen von einer geheimen mission wieder gekehrt sie ist zurzeit meines wissens etwas am norden von hier ich kann sie ja mal fragen und isa und wird sicherlich den auftragsort von jalan kennen man muss nicht alles wissen man muss nur wissen wo man etwas erfährt zwinkert er dir zu kassim lächelt ich habe die handschrift erkannt ich denke ich nach allem was geschehen ist kann ich mir vorstellen was jalan und seine gefährten als nächstes tun ich glaube ich muss sie aufsuchen und ihnen berichtet ihnen das für ein wesen ist von der neuen gefahr vor allem wenn sie sich ins nächste abenteuer stürzen dieser gegner mag anders sein erneu ist dieses wesen was auch immer es ist wer auch immer es könnte alles verändern und das ist das ist das ist das ist das ist das ist das soll die Untertitelung des ZDF, 2020